mann ja es läuft auch mehr mehr als sie noch zwei Stück in der Schöpfung der Schöpfung der Schöpfung von diesem Fall nicht und ich kann sagen herzten kommt zu einer neuen Folge von Was mit mir ist wieder dabei ist immer wieder der Lieber Murati guten Tag Murati ein Jahr und ich würde sagen wir fangen direkt an und ich würde sagen wir machen direkt da weiter wo wir letztes Aufwert haben dies hat wirklich heute Morgen noch genauer kurz habe ich noch die Perleute aufgestellt das ist eigentlich so was gemacht habe als ich auch aushalb der Kamerad ich habe hier die Perleute und er hat auch jetzt 5 6 Prozent 5 6 Meter wenn er in der Welt wird gebrochen Prozent er wird veröffentlicht worden der Hauptstadt Sommer in der Strasse überhändigt dort Mann nachdem man dann zu schauen ist und in der Nähe der Kinder ja ein ich gehe mal in den Lagerraum und ich bin über 60 Prozent Jürgen Dich wird alles dazu gemacht das war alles mehr als der Plan in der sich schnellen Lagerraum rein wahrscheinlich steckt sie dann müssen aufgaben ob es überhaupt läuft ich kann mir diese die ja die Mitgliedern Warten wo es beim Wort an ich habe schon mit Blas noch kein Wettbewerb und so wird die Prozent Prozent und er hat ist er für ihn das war auch eine kiste dafür das war die kiste dafür da hinten doch ja hier nehmen wir uns ein, hier haben wir eine kiste dafür ich mach mal die Tür zu nein jetzt bist du noch mal nicht nein nein wir haben eine mit Metal Fragment ich bin wer hat eine Meldung der Karte war das genau das genau das ist was ich hatte die Meldung des Ausnahmes ich habe es ausgenommen hat auch hier mit einem Teil bei mir ich habe auch drüber nach 3.8 da oben Mettbewerb von der Mettbewerbsbettel ein oder jetzt habe ich und er hat kaputt es ist noch das ist ein Teil fertig macht mal sagst du mal sagst du ohr kann sich auch mal entscheiden e das dachte ich mir gerade auch so noch hat er im wort es um das auch Rüstung ja ich ich würde sagen ich bleibe erst mal er tut sich direkt an das was wir haben oder dann gehe ich jagen und du bist nur ein bisschen ja habe ich gerade bei der Stadt nicht ist dagegen da ist die Kiste so das passt die Kiste ich habe die Beide das heißt und andere Kiste der Moor Stein hier war der Stein drinnen ich glaube es ist ja nicht mehr gerne Uhr ich bin mit der Kiste ab noch mal sage ich dazu nur noch So, ja, ich hab auch nur Pickaxe dabei, für alle Fälle, falls mir die schon verloren geht oder so, keine Ahnung. Kann ja immer mal passieren. Um Rat, ich will sagen, wir machen die auch mal dein Schlafzimmer fertig, ich crafte die mal am Bett. Ja, irgendwie, also leck das ist so. Hier, bevor die Grafik ganz niedrig eingestellt werden. Also, aktuell läuft es bei mir eigentlich ganz gut, also es läuft flüssig, ich weiß nicht, wie es jetzt die Aufnahme ist, halt. Eine Aufnahme ist dann immer wieder total lecker, dann wahrscheinlich bei mir, oder? Ja, nicht so lecker wie... Also, nicht so richtig lecker, sondern... Ding, ich hab meine Temp-Dateien gelöscht, weil das war mein Problem, ich hatte zu viele Temp-Dateien und sowas. Guck ich die Temp-Dateien, alles löschen. Vor jeder auf, nach jeder oder immer. Was meinst du, was meinst du, bei mir läuft alles gerade einwandfrei, ohne Lex, ohne alles. So, ich mach die zwei Betten, das sollte reichen, oder? Ja. Ich hab da auch so meine Schlippenback. Ja, ich weiß, wir werden das alles mal irgendwie verteilen im Haus, aber ein Bett auf jeden Fall in einem Schlafzimmer von dir. Stell mir noch eine Workwatch als Nachtisch rein und einen Campfire als Lampe. Warte, ich schmeiße dir gleich raus, gib mir noch fünf Sekunden. Ich weiß, was ich weiß. Bett... 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 mit den Türen oder Prozent in der um machen wir später machen sagt ich nicht nicht eigentlich zeigen weil das Korinther hat sich das sehen geht die Türkei ein Marien auf der Pause das erste Mal ist noch ein paar Jahre müssen sich die Kirche Städte sind die Schöne sind Prozent was in der Aufnahmepausen der Fächten aufnehmen soll jeder so was haben wir gesagt, also in der Kisten hier haben wir noch Pillen Dix Morat, ich nehme mal 7 Pillen mit und geh tu mal nochmal 6 hier reinlegen dann kannst du hier nehmen, du hast deine Research Kiste noch nicht benutzt, ich bin, benutze deine Research Kiste auf der Kiste hier habe ich ja extra für dich aufgehoben, damit du die benutzen kannst da in der Kiste so ist das, da, prima, hast du schon und du nimmst die Pillen mit und du siehst aus der anderen Kiste hier vorne, ähm, Radioactive an das ist ja richtig, 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 richtig richtig hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon ich sag, du lieber mal eine Rüstung oder so, hier nimm mal die Research Kiste, sag mal hier die Rüstung aus der Kiste hier, du sagst mal Radioactive, zwei Teile oder ein Teil Leder, ein Teil Radioactive warte mal dann haben wir das schon mal, oder warte, ich sag dir was ich kann, dann können wir uns das aufteilen natürlich werden nicht nur Morat, die ich immer aufnehmen, sondern wir werden ganz viele aufnehmen, also es wird ein riesen Team wahrscheinlich am Ende sein ähm, ich kann nur die Kevlar West durch ein Blueprint, da sie gelootet haben und mir nicht gescheatet ich weiß, dass das viele von euch denken, ja, ich weiß das was seitdem, 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 was ich weiß ist ja, ich habe ich, ich habe alle Rüstungen, ich habe alle Rüstungen, da gelesen bist du auch okay ja, oder nicht, wobei M4 würde ich noch nicht researchen, weil, toll, ich kann jetzt schon, glaube ich was kann ich alles Kraft machen ich kann, die Schottgang, die 9mm, die F1-Granate, die PC 250 und die Pickaxe kann ich schon, also das Wichtigste kann ich auch nicht und ich kann Kevlar West halt wobei, die würde ich nur anziehen, wenn wir wirklich mal PvP und machen oder so, weil, ja Kevlar hat nur einen Reaktivitätsschutz obwohl ich könnte theoretisch Kevlar anziehen, oder? warte, hast du die VB gesagt? Ja, aber nicht jetzt eine Runde, eine Runde, okay drei, zwei, zwei ok, los geht's eins zwei, eins kein Muni warte zu spät Ich hab keinen Mund, ich dachte, ich hab so 8 in meinem Shop-Kant. Ja, jetzt komm rein und jetzt komm rein und dann komm rein und dann komm ich hab fair gewonnen, das musst du mir lassen. Das musst du mir lassen. Ja, ich hab hier vorne. Ich hab sogar nix rausgenommen. Warte, ich nehme noch, hast du Radioactive an, dann hast du mir schon den Schutz. Also, das ist richtig. Ja, okay, dann zieh Leder an oder so, weil du dich hättest, auch Radioactive-Schutz. Ich mache, wenndessen mal eine Kevlar-Beste, weil ich brauche keinen Radioactive-Schutz. Ich muss notieren. Oh, was? Ich hab da gedacht, dass ich noch muss. Man darf nicht. Ich hab die... 6 Augen. Ah, herrlich, eh. Ey, dings, nimmst du mal Gangpowder, damit wir schonmal Munition noch herstellen. Ja, ich hab Gangpowder, hier, eh. Ja, nicht ich. Ich mach das. Du machst das. da auch nicht mehr zu meiner Kette aber auch der Kette für mich und es war ein faires Duell zu können wir es kann ich nicht mehr werden Prozent und das war mit der PX auch die sind oder die PX ist wirklich gut das ist wirklich auch immer Ah, ich hab f... Ich hab wahrscheinlich meinen Lernstein Junge, wenn du mich jetzt abkannst, ich spörste, ich spawne hier nach und ich kann dann öffnen, du nicht! Und ich hab ne Shotgun in der Hand Das lässt doch schon ein bisschen... Das lässt doch schon ein bisschen... Das lässt schon ein bisschen... Ach, du bist ein Duell? Noch ein Duell? Okay! Drei Ich hab noch 24 Hab ich... Ich... Mein Gart, ey, du Schweine Wieso? Ich hatte meine Stunde nicht Aber ich hätte dich davor weggenommen Junge, ich hatte keinen Raum, Junge Ich hatte gar nicht möglich, ich war in die Ecke gedrängt Nee, das war unfair Mann, ich geb mir als erstes mal die Überhatchet Ich hab noch nichts geschnuppt Ich hab ja nur 10... Doch, ich hab nur 10 Minuten abgenommen Ah, okay, ich warte, dann werde ich auch mal schnell Jungs, also ich verabschiede mich von euch Bis dahin, macht's gut, euer Knut Ciao!